Gut, ähm, dann, mach. Jaja, ich telefoniere mal eben. Achso, ich muss das Handy erst holen, ne? Oh, stimmt, da war ja was. Ist aber doch mega interessant, weil wir ja Dinge wissen, die im vorigen Loop waren und tralala. Das ist halt so mega weird. Aber auch interessant. So, warte. Jetzt rufen wir Bumblebee mal an. Bumblebee. Ihren Krebs ansprechen ist, glaube ich, eine gute Idee näher. Uff, das war nicht gut. Okay. Okay. Okay, mit dem Krebs ansprechen war keine gute Idee. Krankenversicherung anrufen. Können wir mal probieren. Ja. Ja. Ich spiel das mal vor. Der nächste Freimeid-Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Bleiben Sie in der Leitung. Schön, dass Sie uns anrufen. Wir werden gleich persönlich für Sie da sein. Und die Freimeid-Mitarbeiter sind gerade bei anderen Kunden. Bitte bleiben Sie auf der Linie. Und die nächste Voraussetzung wird Ihnen helfen. Ich bin froh. 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 Ich habe noch mal geblieben. Ich bin froh. hoffe, ich kriege das noch hin. Tschüss, Schatzi. So. And we're back. So. Jetzt die Frage. Also. Telefon können wir noch einmal probieren. Mit der Tochter. Wir haben noch eine Möglichkeit am Telefon, die wir noch nutzen können. Welcher nehme ich mal mit? Den auch. Schwups. Hi. So. Okay. Ja. Gerne, gerne. So. Ich gehe mal telefonieren. Ich mache die Tür mal zu. Den Schalter mache ich schon mal. Dann haben wir den. Dann. Telefonieren wir mal. Mit Bumblebee. Hallo? Hey, hey. Dein Vater sagt, dass meine Frau ihren Vater verbringte. Kannst du dir helfen? Bitte, er wird sie verbraten. Was ist mit dir? Warum würdest du das sagen? Könntest du ihn mit ihm reden? Und bitte, er wird dich hören. Ähm. Vielleicht sollte sie nicht ein Mörderer gewesen sein. Ich meine, dass... Lass mein Nummer. Okay. Sie wird uns nicht helfen. Alles, was wir jetzt probiert haben, funktioniert nicht. Okay. Ähm. Ja. Das heißt, das ist schon mal keine Möglichkeit, keine Option. die Option. So. Können wir uns in der Dusche verstecken eigentlich? Ist jetzt mal so die Frage. So. Dann. Könnte ich mich hier verstecken? Nee, ne? Stimmt nicht, oder? So. Geben wir ihm mal Wasser? Oh, ja. Weiß ich nicht, ob wir die aufwecken können. Keine Ahnung. Sind ja nur Schlaftabletten. Die wird wahrscheinlich irgendwann aufwachen. Aber nach zwölf Minuten dann. So. Jetzt sitzen wir hier. Hm, 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 hm. Das Gemälde mir mal anschauen. Schön. Das ist ganz toll. Hm. Ja. Küchenanrichter? Was kann ich da machen? Gar nichts. Ofen geht nicht. Gemälde, Radio könnten wir anmachen. Ja. Ist schön. Äh. Wir müssen ja auch irgendwie rausfinden, wie wir aus dem Zeitloop rauskommen, ne? Weil es bringt ja nichts, wenn wir hier alles rausfinden. Tralala und so. Aber ich denke, also Rätsels Lösung wird wahrscheinlich sein, herauszufinden, oder wie wir halt hier rauskommen. Das ist, glaube ich, so der Sinn dahinter. Aber da haben wir noch keinen Anhaltspunkt. Ich denke, ich gehe mal davon aus, dass das, ähm, so angedacht ist, dass wir, also ich denke, dass wir alles aufklären müssen vor den zwölf Minuten. Polis, open up. Dan, 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 dan. Da, dan. So. Da, da. Pizza. Können wir nochmal was zu naschen? Come on, I know you're home. Open the door. Anyone home? Hello? Police? Come on out. Kann man auch aufmachen, dass man durchgeht? Was meinst du damit? Welche Tür meinst du? Achso. Ja, gerne. Cola. Coca-Cola mit Aroma. Heb den Opa auf die Oma. So. Dann fesseln. Ja, ja. Nein. So, fesseln. Wir lassen es so aussehen, als würde er unsere Frau ermorden. Dann haben wir den Time Loop hinter uns. Wir fesseln jetzt unsere Frau noch. So. Achso. Ich dachte, das geht. Äh. Können wir ihm Schlaftabletten geben? Geht das? Achso, er ist bewusstlos. Äh. Ich kann sie nicht aufwecken. Nee, das geht nicht. Oder? Nee, geht nicht. Es geht eine Weile. Unmächtig sein. So, hier. Ist das so? Hey. Was ich will. Das hatten wir ja schon alles. Nach den Mordvorwürfen fragen, haben wir schon gemacht. Es wäre schön, wenn wir sie dazu kriegen würden, dass sie wach ist, wenn er hier liegt. Aber ich weiß nicht, wie wir... Das klappt ja wohl nicht. Ja. 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 Okay. Äh. Er blutet und blutet und blutet. Hatten wir das mit der Tasse bei ihr schon probiert? Um sie wach zu machen? Haben wir im Kühlschrank noch irgendwas? Erstmal ein Bierchen. Foto? Wir haben das Foto mal mitgenommen. Können wir ihm das zeigen? Foto mal mitgenommen. Das Foto beweist also mit dem Datum, dass sie nicht da war. Aber er sagt, die Beweise sagen was anderes. Was geht das? Kann ich ihn losmachen? Wir machen ihn mal los. Wir probieren das mal aus. Ah, Tochter anrufen. Das ist eine gute Idee. Warte. Ist das sein Handy? Ja. Von seinem Handy. Das hier. Bumblebee? Ah, diese Kino. Ja, stimmt. Aber die Frage ist, wird sie ran... Haben wir sie denn vorher schon angerufen gehabt? Nee, ne? Hatten wir nicht, oder? Doch, hatten wir. Im Schlafzimmer, oder? Oder war das im vorigen Loop? Deswegen müsste man das probieren, wenn... Oh, wie geil, dass es animiert ist. Ähm. Müsste man das ausprobieren, wenn... Wie sie noch nicht angerufen haben, wenn er hier liegt. Geht das? Geht das? Macht mehr keinen Unterschied. Okay, das hier. Okay. Äh. Selbst erschießen? Ach, das geht. Oder? Spielende. So. Okay. So, pass auf Das Handy lasse ich drin Wir werden mit seinem Handy die Tochter anrufen Also wir müssen sie betäuben Damit wir mit ihm quatschen können Das Wo wir denn wirklich los machen nachher Alles abnehmen Und dann los machen Das glaube ich Ja, können wir mal probieren Würde ich auch mal testen wollen Ja, nachdem wir ihm das Foto gezeigt haben Stimmt Das glaube ich Ist glaube ich eine gute Idee So, warte Dann Füllen wir mal auf So Honey, hast du Durst? Ich hab da was für dich Ist ganz lecker Gerade aus meiner Tasche geguckt Klo Wasser Oh, ja, danke Ich hab da was Klo So Recher nehmen wir mit Äh, den Schalter müssen wir noch machen Ganz wichtig So, sie fühlt sich müde Was passiert Gut, das ist jetzt egal Ob da Licht an ist oder aus Es spielt keine Rolle Da machen wir hier zu Und wir warten mal wieder So Gucken wir mal Ja Das scheint ja richtig zu sein Ich denke, wenn das kommt Wird das wahrscheinlich auch richtig sein Geht Was kam ja sonst nicht Open up Open the door Ist niemand da? Nein Es ist niemand da Ah ja, war ja nicht abgeschlossen Ist niemand zu Hause? Ist niemand zu Hause? Niemand Ist zu Hause Also gehst du jetzt nach Hause Ja Guckt der jetzt in der Dusche? Der ist jetzt viel weiter ins Klo gegangen What the fuck? So Okay Dann Okay Die Frau liegt irgendwie immer anders, ne? So Nehmen wir ihm mal alles ab Dann fesseln wir ihn mal Dann würde ich ihm das Foto zeigen Ohne abzustechen Weil der wird ja gleich wach Warum fesselt er ihm nicht die Füße? Das verstehe ich nicht Also auch Zusätzlich Nein Ah ja doch So, Foto Gut Äh Was? Foto Okay Gar kein Problem Machen wir jetzt mal den hier So Jetzt Ist mir scheißegal Das wirst du jetzt sehen Und zwar sagen Äh Dass sie unschuldig ist Ich hab den Beweis Darauf beharren Dass sie unschuldig ist Und jetzt ist sie alles im Arsch Kann ich nochmal zeigen Verstehe ich nicht Sollen wir ihn jetzt mal los machen? Ich mach ihn mal los Mal gucken Was passiert Oh War ich nicht Äh Ja Das ist ja blöd Ich lege mich einfach schlafen Das ist doch gar kein Problem So Wie nein? Ja Was machen wir denn jetzt? Jetzt das gleich nochmal Ohne ihn abzustechen Mit der Befragung Und We're back We're back He won't listen Who would he listen to? Ohne ihn abzustechen 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 Ohne ihn abzustechen